3-7-Eiser sind back mit Binyomialverteilung Für jeden, der es nicht verstanden hat, kommt jetzt die Heilung Und jetzt legen wir schon gleich mal los und labern nicht rum Denn das Thema ist schon ziemlich zäh wie Aluminium Ein wichtiger Teil des Themas sind Benulli-Ketten Sie haben zwei Ausgänge, so wie Tipico-Sportwetten Entweder haben wir einen Treffer oder einen Niete Und einen Treffer haben wir schon lieber, so wie Fiete Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer wird bezeichnet als P Und die Wahrscheinlichkeit für einen Niete? Nicht schwer zu verstehen, denn die ist logischerweise dann 1-P Mathe-Probleme werfen wir hiermit in die Spree Im Prinzip ist die Binomialverteilung Die Benulli-Formel mit x für 0 bis n Dank dem 3-7-1-An habt ihr jetzt die Peilung Und können vor den Klausuren endlich in Ruhe pennen Binomial, 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 variablen N, P, R und K Alles klar Binomial, binomial, variablen N, P, R und K Alles klar, binomial Lauf der Benulli-Formel baut alles auf Wenn du die nicht kannst, nimmst du ne 6 in Kauf Die Variablen P und Q, die kennt ihr ja bereits Aber N und K nicht, also wird's langsam Zeit N ist die Länge der Benulli-Kette K sind die Treffer, die ich gerne hätte Die Formel lautet also P von X ist gleich K Ist H über K mal P hoch K Mal 1 minus P hoch N minus K Und nach all dem bist du König Mathematiker Im Prinzip ist sie Binomialverteilung Die Benulli-Formel mit x für 0 bis n Dank den 3-7-1-An habt ihr jetzt die Peilung Und könnt vor den Klausuren endlich in Ruhe pennen Wir haben noch den besten Freund, den Kass-Rechner Denn mit ihm wird unser Mathe-Abi etwas besser Hierbei müssen nun zwei Fälle unterschieden werden Und das macht es etwas schwerer wie Gesundheitsbeschwerden Im Fall 1 gilt P von X ist gleich K Und natürlich haben wir dafür einen Shortkey am Start Menü 5 für D und das solltet ihr euch einprägen Denn dieser Shortkey ist in Lekas ein Segen Im Fall 2 wird es nun etwas komplizierter Denn jetzt haben wir die Variablen in R und K Das Menü 5 für D ist der Schlüssel zum Himmel Es ist smart und locker, so wie Herr Knittel Mit unserem Song ist es gleich vorbei Wie Frau Alten durchs Nerven am Freitag halb 3 Binomial, binomial, binomial Variablen in PR und K Alles klar, binomial Binomial, binomial Variablen in PR und K Alles klar, binomial Bis zum nächsten Mal.